Mörderischer Irrtum Das FBI hat ihn Frank DiSalvo wird gegen den angeblichen Paten aussagen Frank DiSalvo Die Mafia will ihn Ein Verhängnis von der Zufall Und der falsche Mann stirbt Jan Michael Vincent kämpft um seine Familie Wo ist mein Sohn? Hey! Hey, komm her! Mörderischer Irrtum mit Jan Michael Vincent Leo Rossi Lance Henriksen Charles Napier Und Rip Torn Zwischen Mafia und FBI ist wenig Platz zum Überleben Mörderischer Irrtum